Hallo, in diesem Video gibt es einen kleinen Einblick zum Thema Fotobücher bzw. Portfoliomappe. Eher speziell als dafür Fotografen, kann aber natürlich auch gleich eingesetzt werden für andere Kreativbereiche. Worum geht es bei diesen Fotobüchern oder Präsentationsmappen? Die meisten sind es eigentlich gewohnt, im digitalen Zeitalter irgendwelche Fotos, Bilder auf mobilen Endgeräten herzuzeigen, Handy, Tablets, wie auch immer. Es reicht, um jemandem zu zeigen, dass man ein Bild hat und was man gemacht hat. Die Wertigkeit aber dem Kunden gegenüber oder dem zukünftigen Kunden ist natürlich deutlich höher bei Fotobüchern oder Fotodrucken. Das wird jetzt kein spezielles Verkaufsvideo werden, sondern eher ein kleiner Überblick, was sind so die Unterschiede? Puncto Papier, Puncto Buch, Puncto Mappe oder ein reiner Fotodruck, hier 20x30 auf Fotopapier. Eine Möglichkeit, sich ein Portfolio zusammenzustellen, ist natürlich ein Fotobuch. Ich habe hier schon etwas Älteres. Das hat ca. 50 Seiten auf Fotopapier glänzend gedruckt. Und mit der Möglichkeit, das ist jetzt der 20x30 Hochformat, mit der Möglichkeit, einfach auch Panoramaseiten zu erstellen, beziehungsweise einfach ein Foto über eine Doppelseite zu geben. Das heißt, hier haben wir keine Kante in der Mitte. Glänzend, man merkt schon, es spiegelt natürlich ein bisschen. Zweite Variante, man drückt das Ganze auf matten Papier, waren weniger Spiegelungen. Hängt natürlich auch sehr stark vom Foto ab, ob jetzt eher mattes oder glänzendes Papier oder vielleicht auch sogar strukturiertes Papier besser zur Geltung kommt. Um etwas hochwertiger zu gehen. Warum hochwertiger? Naja, du willst sicher auch hochwertigere Produkte und hochwertigere Dienstleistungen dem Kunden weitergeben oder empfehlen. Und dafür gibt es auch hochwertigere Fotodrucke oder Buchdrucke. So hier diese Möglichkeit hier, ein Buch oder eine Mappe. Die ist hier geschraubt, ein Kunstledereinband. Warum Kunstleder und nicht Echtleder? Es ist leichter zu reinigen. Man kann es hier mit einem feuchten Tuch, leicht feuchten Tuch reinigen. Und die Größe natürlich. Hier auf der ersten Seite die Infos zum Fotografen. Und dann auch sortiert oder aufgestellt oder die Reihenfolge. Je nach Thema und Schwerpunkt. People-Fotografie. Geht auch weiter in die Werbefotografie. Hier natürlich in diesem Fall, durch die Kante in der Mitte, ist das mittlere Bild nicht zu sehen oder schwerer zu sehen oder auch gar nicht zu sehen. Kann gewollt sein oder auch nicht. Hier bietet sich dann die Möglichkeit, dem Kunden wirklich spezielle Details zu zeigen, Detailausschnitte zu präsentieren. Und deine Arbeit auch zu präsentieren. Hier zum Beispiel ist auch ein Vorher-Nacher-Bild mit abgedruckt. Um den Kunden auch zu zeigen, wie und was mit der Bildbearbeitung möglich ist. Vielleicht hört man es im Video auch. Das Papier ist wirklich ein dickes Papier. Das ist ja ein 350 Gramm oder fast 400 Gramm Papier. Ist doppelseitig bedruckt. In Farbe. Ja. Und kann man den Kunden gerne einfach mal vorlegen, durchblättern lassen. Beziehungsweise einfach auch den Kunden in ein Gespräch verwickeln und auch zu zeigen oder auch zeigen, was du kannst und was du magst. Hersteller, wie schon gesagt, werde ich keinen empfehlen. Der Grund ist ganz einfach. Ich selbst lasse auch bei vielen verschiedenen Truppen immer abhängig davon, für welchen Kunden ist es, für welche Zielgruppe ist es, beziehungsweise auf welchem Material soll es sein. Hier diese Standardfotobücher, hier dieses dickere oder diese dünneren, gibt es schon ab 20, 30 Euro. Sind mit Hardcover-Einband, größere, dickere, mit Leineneinband oder so wie hier Kunstledereinband, können durchaus 100, 200, 300 Euro kosten. Der Bildband soll für dich immer als Referenz sein. Du kannst, wie schon gesagt, dem Kunden natürlich auch gerne deine Fotos zeigen am iPad oder am Tablet, am Handy. Drucke haben noch immer einen gewissen Reiz und können durchaus die ein oder andere Entscheidung beim Kunden beeinflussen. Probiere und teste. Du hast sicher die Möglichkeit, in Geschäften gewisse Fotobücher auszuprobieren, die Hand zu nehmen, durchzublättern. Sieh dir an, was dir gefällt und was auch du deinem Kunden zeigen möchtest. Wichtige Merkmale oder Kriterien, die mir persönlich immer sehr wichtig sind, sind das dicke, griffige Papier. Wirklich ein sauberer, dicker Druck und eine saubere Verarbeitung. Fotobücher oder Referenzmappen sind nicht wirklich brauchbar, wenn sie zwar hochwertig und teuer sind, aber nach dem dritten Mal durchblättern, so wie hier, das ist ja schon mehrere Jahre alt, ausgefressene, abgefranste Kanten hat. Das ist dann der optimale Zeitpunkt dafür, ein Fotobuch auszutauschen oder nicht mehr allen Kunden zu zeigen. Bei den Fotobüchern gibt es auch noch Unterschiede, ob man hier so einen kleinen Herstellerstempel drinnen hat oder irgendein Branding vom Hersteller oder, so wie hier bei diesem großen, eben nicht. Das ist komplett neutral gedruckt. Ist dann natürlich auch wieder ein Kriterium, ob ein Buch etwas teurer oder billiger ist. Mir persönlich geht es immer nach einem gewissen Grundsatz. Verkaufe deinem Kunden nichts, was du nicht selbst verwenden würdest. Wenn du Hochzeitsfotograf bist und du möchtest dem Brautpaar ein Fotobuch raten oder etwas herzuzeigen, dann nimm ein hochwertiges. Nimm etwas, was du auch selbst durchsehen möchtest, durchblättern möchtest. Das kannst du dann auch mit ruhigem Gewissen dem Kunden oder in dem Fall auch dem Brautpaar zeigen. Wenn du für Firmenkunden arbeitest, zum Beispiel im technischen Bereich oder technische Kunden einfach, es gibt auch Einbände aus Metall oder Holz oder was auch immer. Gestaltungsfreiraum ist hier nach oben hin offen. Mir persönlich gefällt eine Mindestgröße ab 20 x 30 cm. Das ist jetzt so diese Größe. Aufgeklappt dann 40 x 30 cm. Gestaltung kannst du dir frei überlegen, anpassen. Mattes oder glänzes Papier sehr stark vom Foto abhängig und auch natürlich von der Präsentationsumgebung abhängig. Das war es auch schon zu dem Thema. In diesem Sinne, bleibt kreativ. Bis zum nächsten Mal. Ciao.